weiter geht es mit den dingern hier ja der ganze scheiß kann jetzt hier rein weil das brauchen wir jetzt nicht die truhen haben wir erstmal genug davon ja wir setzen erstmal das hier was hier so drin ist schaut mal hier an was haben wir denn da das soll ein schreibtisch sein mit mit einer fackel und ein stift hier fehlen irgendwie die bücher drauf hier kann man auch sachen reinstellen ah stimmt hier kann man sachen reinstellen warte mal irgendwie dreimal auf holz geklappt ja ok gut dann haben wir hier noch noch ein schreibtisch aber einen anderen schreibtischen der sache haben wir hier noch was drin im inventar ja das regal hier da kann man auch hinstellen da kann man auch noch sachen draufstellen ok warum nicht nee es will nicht dann schauen wir uns doch mal ich gehe jetzt mal hier rüber die also wir haben das erst mal da das kann das mal rein wir haben diese wunderbaren blöcke hier waren die denn hier so weg damit schaut mal hier zink silber blei keine ahnung haben wir schon manablock irgendwas mit elektro und dann sind wir hier stehen geblieben und dann werden wir mal gucken was wie seien die denn hier alle aus wow wir haben schon was an sich muss ich sagen ne da war doppelt dann hauen wir die gleiche rein weil das was wir doppelt haben müssen wir ja nicht irgendwie in meinem inventar behalten dafür haben wir ja die kisten ähm fehlen nur noch die zwei hier der feuerrode wahrscheinlich ein laber signal und bronze ah hier ist auch noch was und ein änder hier gibt es die verschiedenen baren gar nicht so schlecht und hier gibt es sogar noch möbel das ist natürlich schön was haben wir denn hier ja die hau ich warte mal das ist ja cool so na und dann hör mal meinen diamant hier erstmal auf und gehen jetzt hier rüber immer schon wieder nacht meine jüte so oft wie ich hier die nacht überspringe so dann werden die wände voll mit die kriegen jetzt hier keine fenster rein ja ich räume die waschmaschine gleich aus ich weiß nicht ob die man schleudern muss keine Ahnung das werde ich ja gleich sehen so dann haben wir hier aufgehört und gehen hier quasi weiter ich hole es einmal raus die Blöcke und dann kann man immer wieder schauen was es für Möglichkeiten gibt so wir merken uns den silbernen die Blöcke sind zum Beispiel kleiner als die anderen ja den hatte ich gerade und jetzt kommt der hier krass also die sind auch definitiv kleiner so und weiter hier wo waren wir denn stehen geblieben? bei dem hier müssen wir weiter machen genau krass ich nehme jetzt einmal nur die Blöcke ja nicht friedlichkeitstisch ich bin immer gespannt also wir sind jetzt beim friedlichen Tisch angelangt ok ein sehr friedlicher Tisch muss ich sagen gut das wird eine Wand voller Experimente muss ich sagen da sieht man dann was möglich ist da sieht man dann was möglich ist und wir haben am friedlichkeits Tisch aufgehört krass das Inventar das ist ja mal toll muss ich sagen krass meine Jüter das hier zum Beispiel könnte ich ja mal nehmen obwohl ich probiere erstmal einen aus ah ok gut wo waren wir denn hier stehen geblieben? wir müssen doch nicht jede Farbe nehmen nur die ausschlaggebenden Farben hier so damit man zumindest sieht wie hier wow mensch unsagbares Glas naja dass das nicht sprechen kann ist klar hier unten gibt es noch Laborsachen hier Mikroskop könnt ihr euch hinstellen hier da stelle ich mal so neben den Eingang und dann könnt ihr Sachen mikroskopieren könnt ihr mal den Chemiker raushängen lassen hier sind die verschiedenen Flugzeuge was gibt es denn bei der 7 da waren ja die Farbeimer aber erstmal wollte ich die ja hier machen danach muss ich definitiv die Waschmaschine machen das Glas gefällt mir aber auch das ist eine Wand voller Experimente mit dem was man hier alles bauen kann ja und das Ding kann man hier alles vollhauen mit Dingen die in diesem Mod möglich sind das mache ich aber später wir sehen uns dann in der ja es wird jetzt eine kleine kürzere Folge in der nächsten Folge ja viel Spaß bis dahin noch und kann das immer rausschmeißen und lass mich mal überraschen was sich hier noch so alles findet das ist die eine ruhig und fröhlich oh Gott die wird auch schnell vollgehen bye bye